Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es die nächsten Highlights und zwar von den Solo Hypener, die ich am Samstag gespielt habe. Mit dem Turnier bin ich jetzt auch endlich mal Champion Division, da ich so wirklich extrem knapp die oberen 10% erreicht habe. Gestern hatte ich auch die obere 10% erreicht und mir fehlten ja mal noch insgesamt so 490 Hype. Jedes Mal oberen 10% gab ich ja 250 Hype, das heißt mit dem Cup vom Samstag habe ich es tatsächlich geschafft in den Champions Division. Die Season ist jetzt zwar fast wieder ganz am Ende, aber einfach uns in jeder Season einmal gehabt zu haben, auch wenn es eben halt jetzt wirklich nur 10 Tage bis zur nächsten Season sind und die Punkte wahrscheinlich so durchsettet werden. Ich hoffe euch gefällt auf jeden Fall das Video, lasst natürlich gerne ein Abo auf dem Kanal da, außerdem bewertet kommentiert und teilt auch gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Deutschkanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit den Highlights. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Oh, jawohl. No way. Oh, jawohl. No way. Oh, jawohl. Oh, jawohl. Oh, jawohl. What? No. Doch. Warum antwortest du nicht? Hä? Ich war schon seit einer Stunde im Chat gefühlt. Okay, eigentlich waren es drei Minuten. Ich bin so relativ spät rausgesprungen, weil ich mich noch kurz was machen musste. Und dann dachte ich mir so, ja, ich kann ja mal hier. Der letzte Gegner war so los. Oh, hier liegen noch so geil viele Mads. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab so auf ihn geschitternd. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. 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 geschossen ich konnte mich da treffen